Da war ich 5 Jahre alt, ja moin Raumschiffspiele finde ich auch echt geil Ich hab ja mal auf dem Kanal, hab ich ja mal Warte mal, wie hieß denn das nochmal? Ich graf den Namen nie Genesis, nee nicht Genesis Ah hier dieses, Mann, wie heißt das nochmal? Wo du das Raumschiff erweitern konntest Und so, das hat geil viel Potenzial Aber irgendwie kommt da gar nichts Neues mehr raus Ich weiß auch nicht, schade Das hab ich auch kurz gestreamt Wie hieß denn das nochmal? Genesis Alpha One, genau, dankeschön Es gibt doch von Star Trek irgend so einen VR-Modus da Also ich hab irgendwo mal auf YouTube da was gesehen Da kannst du mit VR und so Kannst du dann so eine Die Enterprise Keine Ahnung Kannst du mit VR steuern Mit mehreren Leuten Jeder hat eine eigene Aufgabe Oder kann Ja, er sagt gerade Es gibt den Bridge Crew mit VR und Coop Aber das ist Murks Okay Ich hab leider keine VR Würde ich auch gerne mal machen Das war auch ein geiles Erlebnis Ja, moin Ich würd gern mal so ein So ein geiles Horrorspiel mit VR zocken Ich glaub, das scheiß ich mir ein Aber da ist dann Ende Das war immer ein geiles Erlebnis, ey Ja, moin Es gibt Ellen Eiseleersch mit VR Geiler Scheiß Ich find VR ist halt arschteuer noch Ja, mal gucken In ein paar Jahren Aber ich geh da stark davon aus Dass dieses Zukunfts-Gaming-Gedöns Alles in diese Richtung gehen wird Ja, es geht aber immer mehr Wenn du dieses Brille aufsetzt Und du bist im Game Und so Also das geht immer mehr In diese Richtung Ja, genau So wie zurück in die Zukunft halt Ich war ja ganz früher als Kind Das kennt ihr wahrscheinlich auch Diese 4D-Kinos Wo du auch so Wind spürst Und so Sachen Kennst du das? Da war ich in Phantast Ja, war das Phantasterland? Ja, ich glaub Phantasterland War das ganz, ganz früher Boah, war das geil Da kamen so Tauben Die haben dich vollgeschissen Also das Geräusch halt Du hast die Tauben gesehen Und gleichzeitig hast du dann immer so Luftströmen immer gemerkt Als ob dich jetzt wirklich Scheiße irgendwie trifft Du gehst zu mir als Held des Imperiums zurück Mein Sohn Ein Sieg auf der ganzen Linie Darauf würde ich mich nicht verlassen Ja, und du bist im Dschungel wo es regnet Und siehst das Vieh Alter, das wäre so geil Was für eine Schande Seid ihr hier, um zu sterben, Jedi? 4D kenn ich leider nicht Ich muss wirklich mal nachholen Das gibt's halt, glaub ich, nur in so Phantasia Also in so Freizeitparks und so Geschichten Ach, das ist ne geile Sache Tut das nicht, Thanes Ihr könnt euch immer noch ergeben Vergebt mir, dass ich euch dieses Angebot Nicht ebenso machen kann Lenke deinen Zorn, mein Sohn Lass dir von diesem Jedi Nicht den Moment deines Triebens Zum einen finde ich halt die Ich hab ja auch überlegt Mir die 4K-Videos hoch Oder 2K hochzuladen Hab ich dir erzählt Wegen diesen Codierer da, gell? Ja, das hab ich dir erzählt Da hab ich mir den Codierer geändert Und das sieht das Bild besser aus Aber Die Dateien der Größe Das ist mir einfach abnormal Ich lad da kein Video hoch Was 30 GB hat Alter, was willst du da für Festplatten holen? Ah, schon aber aktuell Ich hab jetzt Gesamtspeicher, wenn ich alles Alles rechne Hab ich 4 Terra bei dem Rechner Das ist Alla Ja, unbedingt Wer ist nochmal verärgert? Er hat 2 Mal Fresse gekriegt Und ja, das mit Infrarot Das kenn ich ja auch Das hab ich auch mal gesehen Das gab's hier bei uns am Bodensee Da gibt's so ein extra Kino So spezialisiert auf Infrarot-Geschichten Auch mit so Waffen Mit Infrarot schießen kannst Ich muss gestehen Ich hab keine Höhlenangst Aber ich bin in meinem Leben Noch nie Achterbahn gefahren Ehe ich euch sterben lasse Euer Groll richtet sich gegen mich allein Es besteht kein Anlass, anderen zu schaden Wenn sie sterben, werdet ihr leiden Und ich will euch leiden sehen Ende kommt Sagt euren armseligen Meistern Dass Darth Angrall zurück ist Dieses Mal wird es kein Mitleid geben Was für ein Charmeur Ich vermisse ihn jetzt schon Der Planetenfänger ist offiziell Schrott Sieht so aus, als hätten wir Coruscant gerettet Ohne euch hätte ich es nicht geschafft, Kira So sehr ich diese giftigen Ruinen auch mag Vielleicht sollten wir zurück zum Senatsgebäude Ich bin echt mal gespannt Wo die Technik in den nächsten Jahren noch hingeht, ey Ich kill noch kurz 7 Leute hier Dann habe ich die 10 von 10 auch fertig 4 von 10, 5 6 10 von 10 Freue ich mich auch drauf Da freue ich mich auch drauf Ich finde ein geiler Teil Es war übelst gehatet worden am Anfang Ja, wegen Animation und Grafik Und hast du nicht gesehen Und dass da kein Shepard mehr drin ist Aber mein Gott Neue Story Lamer Und die nicht mal schlecht ist Whisky würde ich gerne mal trinken So vom Stil her Das sieht halt edel aus Aber das schmeckt mir absolut nicht Ich trinke eigentlich auch nur Bier Wein Ja, Cocktail geht auch noch Aber so Whisky, so diese Hofbrot Also diese Ja, man sagt ja Diese Männergetränke Gehen bei mir überhaupt nicht Ich weiß auch nicht Achso, ja klar Sporten, ja Come on Ich war jetzt hier so im Fluss drin Cool So So, jetzt Wohin Porten hier 10 Arztgebäude Ich trinke gar kein Alk Das ist auch keine Schande Ich bin sowieso mal gespannt Wenn ich den Polizeiweg da einschlage Was ich dann so an Ja, Jugendliche und Alkoholkonsum so erlebe In meiner Zeit trinkt man Wasser Ich trinke auch am Tag Locker, locker 4 Liter Wasser Ja, ich trinke still Nicht einmal der hohe Rat der Jedi Wir haben es seit Wochen gespürt, General Hättet ihr uns von eurem Geheimprojekt erzählt Ich trinke immer jedes Wolweg still Da ist er, der Held von Coruscant Alle diese Fliege, ne Ich habe hier eine scheiß Fliege in meinem Zimmer Ich raste gleich aus Die geht mir so Ja, das haben wir gehört Wir wissen auch, dass Tarnis Dark Angrals Sohn war 4 Liter, das klingt nicht gesund Also ich mache viel Sport halt noch Laufen, Krafttraining und so Da muss ich sehr viel trinken Schwimmen, wenn es auf hätte Der Witz ist, ich habe ein Flieggitter Ich weiß nicht, wie die reinkommt Vor allem, weil ich Angst habe vor diesen scheiß Mücken Das Geräusch macht mich wahnsinnig Du hörst dann nur nachts irgendwann Die kommen immer nachts, immer Die riechen das Ah, der schläft jetzt Der ist nicht mehr da Okay, greifen wir an Da hörst du nur Na, weiß schon Nächsten Tag blauer Fleck, Mahlzeit Wir haben die Übertragung zum Planetenort Mantell zurückverfolgt Darth Angral muss dort eine Basis haben Ihr müsst sie für mich finden Wenn wir ihn in seinem Lager aufstöbern Könnten wir diese Krise auf der Stelle Ja, die Türen könnten sein Oben die Eingangstür war heute einen halben Tag offen Das kann sein Aber sein Spionage-Netzwerk findet ihr dort sicher Meister Orges spürt Grüße Ebenso wie ich Die Mission gehört euch Ich komme mit Meisterin Kiwix hat mich hier zurückgelassen Damit ich euch zur Seite stehe Bloß nicht töten Verstanden Nehmt Kira mit Lehrt und beschützt sie Als wäre sie euer eigener Padawan Das ist eine große Verantwortung Ich werde sie nicht auf die leichte Schulter nehmen Wir werden uns besser kennenlernen Das wird nett Ich muss den Hohen Rat Über diese Entwicklungen informieren Eine sichere Reise Junger Jedi Möge die Macht mit euch sein Alles was ich jemals wollte War die Republik zu beschützen Die leben eh nur zwei Tage maximal Ich habe gesehen wie der Jedi-Tempel zerstört wurde All die Padawaner und Meister Die ihr Leben ließen Für sie begann ich mit der Waffenforschung Gute Absichten werden darf Angral nicht aufhalten Am Raumhafen wartet bereits eines unserer besten Raumschiffe auf euch Euer Astromecht-Droide trifft schon die Startvorbereitungen Auf Ort Mantell herrscht Bürgerkrieg Niemand darf dort landen Dockt an der Orbitalstation an und kontaktiert mich Viel Glück